Herzlich Willkommen zu einem neuen Crowdhouse Video. Heute starten wir direkt in einer wunderschönen Immobilie. Ich befinde mich hier gerade in einer sogenannten Musterwohnung. Die Immobilie befindet sich im Norden des Kantons Zürich in der Gemeinde Weihach am Rhein. Da hat sich die Einwohnerzahl in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Unentsprechend gefragt ist natürlich attraktiver Wohnraum. Darum entstehen hier bis Ende Jahr 5 neue Mehrfamilienhäuser. Die bis jetzt die grösste Überbauung, die je bei Crowdhouse im Angebot war. Um eine dieser vier Liegenschaften geht es heute und die möchten wir Ihnen unbedingt noch nicht genauer zeigen. Das Mehrfamilienhaus wird Anfang Oktober noch ganz fertiggestellt und hat 19 Wohnungen. Diese sind gut durchmischt mit grösseren von 1,5 bis 3,5 Zimmern. Der grösste Teil der Wohnungen wurde innerhalb von 2 Monaten vermietet. Und auch die restlichen dürfen bald einen Mieter finden. Das dank dem nach wie vor starken Wachstum der Gemeinde. Von den Westdürmen über die Bodenheizung bis zu den elektrischen Stornen erwarten die Mieter hier voll ausgestattete Wohnungen. Das Highlight ist dabei ganz klar das offene Wohnzimmer mit der modernen Küche. Je nach Wohnungsgrösse haben die Mieter einen Balkon oder einen Wintergarten. Oder wie da sogar beides. Unabhängig von der Ausstattung kommt es durch die grossen Fensterfronten enorm viel Licht in die topmodernen Wohnungen. Und Treppensteigen ist dank dem Lift natürlich optional. So kommen die Mieter schnell vor die Tür und können weiteren Vorteile von diesem Wohnangebot geniessen. Und zwar die familienfreundliche Lage. Weihach ist umgehen von Natur. Ganz in der Nähe fliesst sogar der Reitouren. Und auch bis in die Schule ist es nicht weit. Gleichzeitig ist man in wenigen Minuten auf der kürzlich sanierten Flughafenautobahn A51 nach Bülach. Das verbindet als regionales Zentrum mit 20'000 Einwohnern viele wichtige Funktionen. Zum Beispiel unterschiedliche Schulen, ein Spital und einen gut angebundenen Bahnhof. Ja und natürlich auch ein gesunder Arbeitsmarkt mit 10'000 Schellen. Dieser kommt zudem schon bald einen kräftigen Zuwachs über. Im Rahmen des Projekts Bülach Nord entstehen in den nächsten Jahren rund 20'000 Quadratmeter Gewerbfläche. Die Stadt selber investiert allein 18 Mio. Fr. in zusätzliche Infrastruktur. Bülach dürfte auch in Zukunft ein wichtiger Teil der Zürcher Flughafenregion bleiben. Die Region ist neben Zürich selber einer der attraktivsten Unternehmensstandorte im Kanton. Mehr als 10'000 Firmen haben sich hier niedergelassen. Mit insgesamt gut 130'000 Arbeitsplätzen. Ja und auch im Zentrum dieser Region wird gebaut. Der Circle beim Flughafen ist das grösste Immobilienprojekt der Schweiz. Mit einem Volumen von rund 1 Mrd. Fr. In 2020 wird es fertiggestellt und zum Arbeitsort von mehreren Tausend Leuten werden. Klar, dass so eine dynamische Region auch ideal vernetzt ist. In 10 Minuten ist man von Weihach bereits in Bülach und bis zum Flughafen sind es rund 20 Minuten. Wenn man auf Deutschland will, kann man das hingegen auch ohne Flieger machen. Weihach liegt nämlich gerade an der Grenze. Der Standort Weihach ist also sehr adroktiv. Was auch die schnell fortgeschrittene Erstformierung dieser Liegenschaft zeigt. Der hohe Ausbaustandort mit allen Annehmlichkeiten ist definitiv gefragt. Genauso wie die tiefe Steuern im Ort. Und der neue Arbeitsmarkt rund um den Flughafen ist natürlich auch ein weiterer Pluspunkt. Ja und damit verabschiede ich mich von Ihnen direkt aus der Liegenschaft. Und die Fragen steht Ihnen gefällt es natürlich gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.